Grüezi miteinander. Ja, in diesen Tagen ist es soweit. Ihr bekommt ganz viele Posten von uns. Und damit das nicht alles einfach direkt im Altpapier landet, machen wir jetzt eine kleine Challenge. Und zwar, wenn ihr einen Flyer von mir bekommt, oder so einen Flyer von mir bekommt, oder natürlich wenn ihr einen von meinen Briefen bekommen habt, wo auch meine Visitenkarte drin sind, oder wenn ihr ein Plakat von mir seht, dann macht ihr ein Foto und macht den Hashtag dazu «catchawobifyoucan». Bitte auch nicht vergessen, mich noch zu taggen in diesem Foto. Und dann macht ihr automatisch bei der Verlosung von drei Nachtessen mit, wo ich natürlich erst nach der Urnerschliessung am 22. Oktober werde verlosen. Also macht mit, nehmt irgendeinen Flyer, ein Kärtchen im Brief von mir, macht das Foto, macht es auf Instagram, posten, schreibt den Hashtag «catchawobifyoucan» und taggt mich entsprechend. Besten Dank fürs Mitmachen und viel Glück und bis zum nächsten Mal. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.